Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 26. Juli. Fünfjähriger stirbt nach Sturz aus dem Fenster, warum ein PCR-Test weiter wichtig ist und am Flughafen drohen Streiks. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. In der Gießener Innenstadt ist es am späten Sonntagabend zu einem tragischen Unglück gekommen. Ein fünfjähriger Junge war aus einem Fenster im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gut 10 Meter in die Tiefe auf den asphaltierten Innenhof gestürzt und hatte dabei schwere Kopfverletzungen erlitten. Er wurde in eine Klinik gebracht, dort erlag er am Montagmittag seinen Verletzungen. Das teilte die Polizei mit. Die Mutter des Jungen hatte einen Schock erlitten und wurde am Sonntagabend ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Wie genau es zu dem Unglück kommen konnte, ist bislang unklar, die Kriminalpolizei untersucht die näheren Umstände des Geschehens. Die Ermittlungen dauern laut Polizeiangaben weiter an, Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Der Lahn-Dill-Kreis ist auf Facebook, die Stadt Haiger, die Oranienstadt Dillenburg, die Goethe- und Optikstadt Wetzlar, Braunfels, das kommunale Freizeitbad Panoramablick in Eibelshausen. Sie nutzen das soziale Netzwerk, um dort Bürger zu informieren und Marketing für die Kommunen zu betreiben und manchmal auch für die Politiker. Der hessische Datenschutzbeauftragte Alexander Rossnagel kritisiert die Facebook-Auftritte der Behörden als Gefahr für die Grundrechte der Bürger und fordert die Verwaltungen auf, keine Infos exklusiv auf Facebook anzubieten. Im Lahn-Dill-Kreis scheren sie sich bislang kaum darum. Haiger hatte sich bereits auf Facebook abgemeldet, aber war nach einigen Wochen wieder zurück. Die Kreisverwaltung sieht beim Thema Facebook ein Problem, will aber nicht Vorreiter beim Ausstieg sein. Landrat Wolfgang Schuster, zugleich Präsident des hessischen Landkreistages, berichtete in der Kreistagssitzung in Wetzlar von der Kritik des hessischen Datenschutzbeauftragten. Rossnagel habe allen Behörden empfohlen, Facebook abzustellen, sagte Schuster. Der Landrat sieht ein Problem, das auf uns zukommt. Er kündigte an, er wolle sich in Absprache mit dem hessischen Innenministerium an die Vorgaben halten. Allerdings wolle der Kreis kein Vorreiter sein. Ob genesene Nachweis oder Verdienstausfallentschädigung, warum der PCR-Test bei einem positiven Schnelltest weiter wichtig ist, das hat nun der Land-Dill-Kreis in einer Presseerklärung deutlich gemacht. Wer sich daheim oder in einer offiziellen Bürgerteststelle positiv auf das Coronavirus testet, sei verpflichtet, einen PCR-Test durchführen zu lassen. Das Kreisgesundheitsamt weist darauf hin, dass nur mit einem PCR-Testergebnis, das eine Corona-Infektion nachweist, später auch der genesenen Nachweis in einer Apotheke ausgestellt werden könne. Wer sich außerdem ohne Symptome in Isolation begeben müsse und keine Krankschreibung des Hausarztes oder der Hausärztin vorlegen könne, benötige das positive PCR-Testergebnis auch für seinen Arbeitgeber, damit dieser eine Verdienstausfallentschädigung beantragen könne. Das Gesundheitsamt des Kreises betont, dass das positive Testergebnis des Schnelltestes oder der Bürgerteststelle nicht als offizieller Nachweis einer Corona-Infektion gilt. Das Risiko einer Infektion steigt mit zunehmendem Alter, nicht nur bei Corona. Die STIKO empfiehlt Älteren daher verschiedene Impfungen. Neben der Corona-Impfung sind vor allem Impfungen von großer Bedeutung, die vor anderen Atemwegsinfektionen wie Grippe, also Influenza, Lungenentzündung, also Pneumonie oder auch Keuchhusten, also Pertussis, schützen. Neben den regelmäßigen Auffrischungen des Tetanus- und Dipterischutzes, der alle 10 Jahre notwendig ist, empfiehlt die STIKO allen Personen ab 60 Jahren die Pneumokokken-Impfung, die jährliche Influenza-Impfung und auch die Pertussis-Impfung. Denn auch Keuchhusten führt bei Senioren vermehrt zu komplizierten Verläufen. Zudem wird zur Impfung gegen Herpes-Zoster, also Gürtelrose, geraten. Noch mehr schlechte Nachrichten für Flugreisende. Am morgigen Mittwoch, 27. Juli, müssen sich Passagiere der Lufthansa auf verstärkte Flugausfälle und Verspätungen einrichten. In den laufenden Tarifverhandlungen für rund 20.000 Beschäftigte des Bodenpersonals hat die Gewerkschaft Verdi zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Zum Bodenpersonal gehören unter anderem Techniker und Logistiker, ohne deren Dienstleistungen die Flugzeuge nicht abheben können. Ein erstes Tarifangebot der Lufthansa hatte Verdi abgelehnt, aber für den 3. und 4. August eine Fortsetzung der Verhandlungen vereinbart. Die Warnstreiks des Bodenpersonals sollen am Mittwoch, dem 27. Juli um 3.45 Uhr beginnen und bis Donnerstag früh, 28. Juli um 6 Uhr dauern. Aufgerufen sind Beschäftigte in Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Hamburg, München, Berlin, Bremen, Hannover, Stuttgart und Köln. Vertreter von EU-Staaten haben sich nach Informationen der Deutschen Presseagentur auf einen Notfallplan zur Senkung des Gaskonsums verständigt. Er soll an diesem Dienstag bei einem Sondertreffen der Energieminister in Brüssel offiziell bestätigt werden und die Risiken reduzieren, die sich aus einer vollständigen Unterbrechung russischer Gaslieferungen ergeben könnten. Wie Diplomaten der Deutschen Presseagentur in der Nacht zum Dienstag bestätigten, sieht der Plan wie von der EU-Kommission vorgeschlagen vor, den nationalen Konsum im Zeitraum vom 1. August 2022 bis zum 31. März 2023 freiwillig um 15 Prozent zu senken. Zudem soll die Möglichkeit geschaffen werden, bei weitreichenden Versorgungsengpässen einen Unionsalarm auszulösen und verbindliche Einsparziele vorzugeben. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vrm.de